Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island. So, wir sind dabei, drei Gegenstände zu suchen, die wir für die drei Prüfungen brauchen. Mit den drei Prüfungen können wir erst weitermachen, wenn wir auch tatsächlich diese drei Gegenstände haben. Zum Uhrenturm kommen wir nicht. Es ist immer noch Mitternacht, so wie wir es eingestellt haben, aber der Turm klickt. Das ist auch interessant. Okay, dann heißt es wohl, dass wir mal beim Gemischwarenladen vorbeigehen. Das sollten wir auf jeden Fall im Schwert kriegen. Hallo Ladenbesitzer. Hast du irgendwelche Sonderangebote? Jeder in der Crew bekommt also ein eigenes. Das scheint mir sehr großzügig zu sein. Äh, wer ist ja der beste Kämpfer? Könntest du mich zu ihr bringen? Oh, well, the thing about that is, the main, you see, she and I, I mean, no, no, I couldn't. Now, are you going to buy something or what? Okay, so funktioniert es also nicht wie in Monkey Island 1. Ähm, hast du noch mehr Schwarzpulverlunden? Nope, I've been forbidden from selling them after the last bunch were used to organize a jailbreak. Hm, haben wir gar nichts damit zu tun. Now, who was it that just so happened to come along and buy all my fuses right before that happened? Oh, that's right. You! Nein, das war reiner Zufall. I should probably turn you over to the governor for treasonous behavior, but then I'd lose my only customer. Und ich bin knapp bei der Kasse. Bildest du einen Kredit an? Not unless you've got something real valuable to use as collateral and I can already tell by your outfit that you don't. Okay, wir brauchen also so einen Schuldschein, der hier irgendwo herumliegt und Guybrush muss den unterzeichnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, dann haben wir schon. Blanko-Gutschrift erhalten, rüste sie in dein Missionsding aus. Ja, okay. Alles klar, sonst noch was Neues? Nee. Äh. Da hast du noch das Arsenal. Da haben wir das mächtige Piratenschwert. Du könntest auf Fladenkredit kaufen. Ja. Das ist das mighty Piratenschwert, die von der Legend der Monkey Island benutzt. Wenn du wirklich ernsthaft durch den Schwertmastor der Melee Island benutzt, dann ist das Kudlis, was du brauchst. Okay. Hast du denn sonst noch irgendetwas hier? Äh, da ist noch die Kleider-Truhe, Kosmetik-Truhe. Wir können Platz nehmen. Vielleicht gibt es das auch in diesem Spiel wieder. Ich habe jetzt noch nicht die Errungenschaften angeschaut, dass man sich irgendwo hinsetzen muss, um eine Errungenschaft zu kriegen. Ah, guck mal. Stimmt, hier war ja auch das Gummihuhn. Da ist der dritte Gegenstand, den wir brauchen. Okay. Alles klar. Also. Wir brauchen diesen Schein. Das heißt, auf zur Villa. Beziehungsweise, wir schauen uns natürlich noch vorher noch um, ob es hier irgendetwas Neues noch gibt. Schauen wir noch nach hier hinten rein. Nichts. Okay. Lauter Kisten, in denen diesmal nichts drin ist. Keine versteckten Dublonen. Ja, die Hunde und der Geisterpirat sind weg. Geisterpirat war ja klar. Aber auch die Hunde sind weg. Und hier scheint es auch sonst nichts weiter zu geben. Nein. Aber damit habe ich eigentlich auch schon gerechnet, dass wir nicht in diesen Gegenden, die wir schon gewesen sind, viel Neues reinmachen oder viel Verstecktes reinmachen. Ganz schön staubig. Nö, nix. Okay. Aber wie gesagt, damit habe ich eigentlich auch schon gerechnet. Voller den ganzen Staub muss ich schon husten. Jemini. So, sitzt noch jemand im Gefängnis? Ne, Otis ist auch nicht mehr hier. Hat sich also nichts geändert. Okay. Also, weiter zur Villa. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Unterschrift. Und was gefährliches. Beziehungsweise... Ja, geht's schon. Schauen wir noch ganz kurz. Gibt es da hinten noch irgendetwas Neues? Das sieht nicht danach aus. Okay. Besser einmal geschaut. Als einmal zu wenig geschaut. Also, rein mit uns. Leck den Silberlöffel. Eine Autobiografie geschrieben von jemand, der offensichtlich an die schönen Dinge des Lebens gewöhnt ist. Was für eine Verschwendung guter Tinte. Ist das immer dasselbe hier? Ja. Käse. Die ungekürzte Geschichte. Ein kurzer Blick auf dieses Buch genügt, um zu sehen, wie gefährlich anstrengend sein Inhalt ist. Da haben wir noch ein Buch. Kalligrafie für Anfänger. Egal wie sehr du dich bemüßt, es ist unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu erkennen, das in diesem Buch geschrieben steht. Äh, ja. Ne, das war dasselbe wieder. Als ich damals Lechak in die Luft jagte. Ein Bericht von Guybrush, der seine erste Reise nach Monkey Island beschreibt. Es scheint etwas darin versteckt zu sein. Guybrush signierte Karte aufnehmen. Guybrush signierte Seekarte entdeckt, rüste sie in der Missionsgegenstand auf. Oh, die kennen mal. Während du deine Karte mit dem Ding untersuchst, wie war das? Ah. Ne. Ich hab's nicht richtig lesen können, verdammt. So zeige ich's nur. Hä? Wie kann ich die Karte jetzt untersuchen? Das ist, öffnet nur das hier. Ha. Okay. Wie auch immer. Also weiter. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Wie man unsichtbare Tinte untersucht. Nutzlos. Jede Seite ist leer. Beide Hände sind leer untersuchen. Es ist eine Biografie, die das Leben eines exzentrischen Schiffsbrüchigen namens Hörmann beschreibt. Fast jede Seite scheint Affen zu erwähnen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall die Karte sein, die wir ein Dings geben sollen. Bin ich mir relativ sicher. Okay, schauen wir mal noch weiter. Haben wir da noch irgendwie irgendetwas? Böse Wortspiele für böse Piraten. Dutzende von Piratenwörtern, die einen erschauern lassen. Am besten stellst du das zurück, damit du nicht aus Versehen etwas davon liest. Das große Megalodon-Nemersat. Das ist ein Kinderbuch niedlich, aber aktuell nicht nützlich. Wie man Bücherwärmer pflegt. Du kannst dem Buch nichts entnehmen, da die meisten Seiten aufgefressen wurden. Ja, die Titel, die sind echt, echt gut. Berühmte Piratenzitate. Nichts über Flüche oder schwindende Vorräte. Bei diesem Buch wurde eine Menge ausgelassen. Verlangen nach materiellen Dingen ablegen. Am besten stellst du das zurück. Du hast sowieso zu viele Bücher. Dann haben wir noch eins. Die große Schiffsunglücke unseres Jahrhunderts. Ein umfassendes Katalog berühmter Schiffsunglücke. Von der Mad Monkey bis zur Crazy Goose. Es sieht aus, als hätte man ihn schon lange nicht mehr gelesen. Okay, ich glaube, das war es von der Seite hier. Hallo, Guybrush. Guybrush beklauen. Aha, wir haben einen Schlüssel für die Lager-Truhe. Die legen wir jetzt mal hierher. Du willst mir nicht unbedingt das Ding hier unterzeichnen, oder? Nein, halt, das war das Falsche. Hatten wir nicht diesen Schuldschein hier als Missionsding hier drin? Seltsam. Es ist keine Tinte übrig. Guybrush Memorien untersuchen. Es ist eine halbgeschriebene Chronik mit Guybrush Abenteuern. Du solltest wahrscheinlich mit dem Lesen warten, bis sie fertig geschrieben ist. Ich dachte, ich könnte Mancook dann irgendwie, äh, ja. Es ist keine Tinte mehr übrig. Ja, die liegt hier alles auf dem Tisch. Aber ich frage mich gerade, wo ist dieser blöde Schuldschein? Die war doch hier in unser Inventar drin. Verdeckte Missionen. Habe ich jetzt hier irgendwie, ach, ich habe die irgendwie, was weiß ich, gemacht? Ach, man kann die auch verstauen. Ah, verstehe, 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 verstehe. Okay, das kannte ich jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht. Hey, Guybrush. Guck mal. Hm, war ja klar. Okay, wahrscheinlich brauchen wir Tinte. Was haben wir denn noch so alles hier? Nichts. Schlüssel ist erforderlich, den haben wir ja aber schon hier. Dann öffnen wir mal das ganze Ding. Und wir bekommen Tintenfass. Yay. Es gibt nichts, womit man schreiben könnte. Wir brauchen also auch noch eine Feder. Ah. Es würde mich wundern, wenn wir hier jetzt, wenn wir die Feder irgendwo anders kriegen würden. Also, ich denke mal, die müsste es hier irgendwo geben. Nichts drin. Wie wäre es mit der? Ja, okay, da nicht. Hm. Okay. Also, wir bräuchten irgendwie was zu schreiben. Noch eine Feder, damit er uns das Ding unterschreiben kann. Die Frage ist, woher bekommen wir das? Ich hätte es gedacht gehabt. Das bekommt man definitiv hier in diesem Raum. Also, was heißt in dieser Villa? So wie das Tintenfass. Ich habe jetzt bloß noch nichts gesehen. Ja, da ist doch so eine Feder an dem Hut dran. Warum können wir die nicht nehmen? Ich meine, wir könnten schon... Wir könnten eigentlich auch wieder gehen. Und erstmal das mit dem Dings machen. Aber wenn wir schon hier sind, hätte ich eigentlich auch gleich ganz gerne alles gemacht. Irgendwo was übersehen vielleicht. Es gibt nichts, womit man schreiben kann. Ah, ne, das ist nur diese blöde Tür hier. Und da sind nur Tintenfässchen drin. Ah. Hm. Haben wir irgendwo was übersehen hier? Oder gibt es die Feder tatsächlich woanders? Wenn nicht, müssen wir nochmal nachschauen. Ob wir das irgendwo noch finden. Ah, Scheibfeder. Da haben wir sie doch. Ich habe doch gesagt, die gibt es hundertprozentig hier. Hier kann etwas unterzeichnet werden. Ja, dann... Unterzeich... Unterzeichnete Geschrift fälschen. So. Gut. Dann sind wir wirklich wohl fertig. Dann könnten wir mal wieder zurückgehen, denke ich. Dann müssten wir jetzt alles zwei Sachen haben, die wir brauchen. Für die Schatzkarte und für, natürlich, für die Dings. Ja, gibt es da unten eigentlich noch was? Ne, da scheint es nichts zu geben. Okay. Also zurück zum Gemischtwarenladen. Gucken wir mal, was wir da haben. Alles klar, dann... Kaufen wir das hier. Mächtiges Piratenschwert, das mit Ladenkredit gekauft wurde. Wir müssen es nur noch ausrüsten. Ne, nicht in der Kleider-Truhe, in der... Ach, da ist es doch. Arsenal öffnen. Gehen wir zu den Enter-Messern. Und dann rüsten wir das mächtige Piratenschwert aus. Wir möchten natürlich das hier austauschen. So. Gut. Und dann wollen wir natürlich noch das Gummihuhn haben. Gummihuhn mit Seilroller. Wir können es ausrüsten. Verrückt. Äh, wo ist das jetzt genau? Ist das auch ein... Ja, es ist auch ein Gegenstand. Ein Quest-Gegenstand. Okay, dann sind wir hier fertig. Haha. Ne, da gibt's nichts Neues. Dann auf zu den anderen Typen. Und da holen wir uns dann die Karte. Und dann sind wir eigentlich ausgerüstet. Ähm, badum, badum. Guybrush-Ding austauschen. Ist das einer der Gouverneur's famous Sea-Charts? Okay. Du hast ein Deal. Die Treasurer-Map ist dein. Haha. Niemand hat es auch noch. So, wir haben Missionsbuch aktualisiert. Sehr schön. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ah. So, die haben wir alles. Oh, und ich habe natürlich übersehen gehabt. Über den Stamm, unter den Ästen, Groove zum Hain, voller Blumengelb. Ja, das ist also wieder Tanzschritte. Das kennen wir ja auch schon aus Teil 1. So, wir haben alle drei Gegenstände. Haben wir jetzt. Das heißt, wir können zum Corinna zurückgehen. Und die gibt uns einen Drang, den Nebel zu lüften. Und dann können wir uns tatsächlich mal an die drei Prüfungen ran machen. Und uns auf Maly Island komplett umsehen. Dann müssen wir wahrscheinlich hoch zum Speer gehen. Und da geht es dann richtig auf die Insel. Okay. In der nächsten Folge machen wir das. Bis dahin macht's gut. Und tschüss. Ich bin wundersch ND1.